Tag 3 Der Herzschlag Verängstig duckte sich Mac in die kleine Niche des verfallenen Mauerwerks und spürte, wie sich der kalte Stein in ihren Rücken drückte. Da war es schon wieder, dieser verdammte Herzschlag. Seit sie aufgewacht war und sich in diesem Albtraum wiederfand, versetzte sie dieses durch Mark und Bein gehende Geräusch immer wieder in Panik, denn es kündigte einen fast unmenschlichen Gegner an. Einen muskelbepackten Hühnen mit einer seltsamen Maske und bewaffneten mit einer Machete und einer Vorliebe für Bärenfallen. Mehr als einmal wäre sie beinahe in diese verdammten Fallen getreten. Sie versuchte, ihre Atmung so flach wie möglich zu halten und sich so wenig wie möglich zu bewegen, im Jahr kein verräterisches Geräusch zu machen. Tutu, tutu, tutu. Immer lauter wurde der Herzschlag, als wollte er sie quälen, was vermutlich sogar stimmte. Die Lautstärke blieb jetzt gleich. Sie konnte spüren, dass ihr Jäger ganz in der Nähe war. Würde er sie entdecken? Geh weiter, bitte geh weiter, halte es wie ein Mantra in ihrem Kopf, als könne sie das Monster auf diese Weise zum Schweigen bringen. Tutu, tutu, tutu. Es entfernte sich wieder und als sie den Herzschlag gar nicht mehr hörte, atmete sie erleichtert aus. Sie hatte gar nicht bemerkt, dass sie die Luft überhaupt angehalten hatte. Sie war froh, dass dieses Mal wenigstens keine Raben in der Nähe waren. Aus irgendeinem Grund scheinen diese Biester wie eine Art Scout für ihren Gegner zu agieren. Wann immer die Raben sie entdeckten, fingen sie an, wie wild zu kretzen, was den Killer anlockte, begleitet von diesem nervenzerfetzenden Geräusch. Sie waren ursprünglich zu viert gewesen. Vier junge Menschen, die an diesen seltsamen Ort, der an einen Schrottplatz erinnerte, aufgewacht waren. Verwirrt und ohne zu wissen, was passiert ist oder wie sie hierher gekommen sind. Sie hatten keine Ahnung, warum sie den Herzschlag des Monsters hören konnten oder warum sie wussten, dass sie Generatoren wieder in Gang bringen müssen, damit sie ein Tor öffnet und sie fliehen können. Auch, dass sie einem merkwürdigen Wesen namens Enthius geopfert werden, sollte der Killer sie überwältigen, wussten sie aus unerfindlichem Grund. Und wie das funktionierte, erfuhren sie nur allzu schnell. Als das Monster einen jungen Kerl namens Jake erwischte, hing er ihn an einem Haken auf. Mac und die anderen beiden, eine junge Frau namens Claudette und ein junger Mann namens Dwight, versuchten vergeblich, ihn zu retten. Doch zwangen der ständig näher kommende Herzschlag sie immer wieder in Deckung zu gehen und verhinderten so ein Herankommen an Jake. Nach einer Weile fuhr plötzlich ein riesiger Stachel von oben durch Jakes Oberkörper und seine Leiche schwebte in den Himmel entgegen, wo seltsame Tentakel auf ihn warteten und ihn in Empfang nahmen. War das diese ominöse Enthitus? Als nächstes erwischt es Claudette und danach Dwight. Seitdem versuchte Mac verzweifelt Generatoren zu finden und sie zu reparieren. Was zum einen durch ihre fehlenden Erkenntnisse in der Mechanik und zum anderen durch das ständige Ertöne dieses verdammten Herzschlag erschwert wurde. Zum Glück war sie eine gute Sportlerin und konnte bisher dem Killer entkommen. Doch wie lange könnte das gut gehen? Vorsichtig schaute Mac aus ihrem Versteck. Sie hatte den Herzschlag schon eine Weile nicht mehr gehört. Langsam schlich sie, wie immer Deckung suchend, weit um einen Generator zu finden. Vor sich sah sie ein großes, verfallenes Haus. Sie entschloss sich hier ihr Glück zu versuchen. Sie betrat das Gebäude und sah sich um. Möbel gab es hier kaum. Nur ein metallener Schrank stand an einer Wand und ein paar kleinere Schränkchen lagen verstreut über den Boden und schlüssig stand sie im Eingangsbereich und überlegte, ob sie es wahrgen sollte, die Treppe, die sich links von ihr befand, hochzugehen. Dudu, Dudu, Dudu. Mac wurde eiskalt und der Starter verschreckt. Nicht schon wieder, entfuhl sie leise und flehend. Dudu, Dudu. Es kam näher. Schnell schaute sie sich noch einmal um und entschied sich dazu, leise in den Schrank zu steigen, in der Hoffnung, nicht entdeckt zu werden. Dudu, Dudu, Dudu. Mac wusste, dass der Killer genau vor ihrem Versteck stehen blieb. Wieder halte das Mantra durch ihren Kopf, doch dieses Mal vergeblich. Plötzlich wurde die Schranktür aufgerissen und ihr entfuhr ein markerschütternder Schrei, als sie in diese widerliche Maske starrte. Die Maske verzog den Mund zu einem grausamen Grinsen, als wäre sie nicht nur Dekoration, sondern Teil dieses Monsters. Eine große Pranke griff um ihren Hals und hob sie aus dem Schrank. Als wäre sie leicht wie eine Feder, warf der Killer sie auf seine Schulter und setzte sich in Bewegung. Sie versuchte, sich zu befreien und von der Schulter herunterzukommen, doch sein Griff war wie ein Schraubstock. Und während der ganzen Zeit hörte sie nur eines. Dudu, Dudu, Dudu. Schließlich blieb der Killer vor einem Pfahl mit einem weiteren Haken stehen und hängte sie daran auf. Der Haken durchbohrte ihre Schulter und verursachte grausame Schmerzen. Dann tauchte wie aus dem Nichts ein riesiger Stachel auf, schnellte auf sie zu und durchbohrte ihren Oberkörper. Ironischerweise war ihr letzter Gedanke wenigstens kein Herzschlag mehr. Trainerin. Anwendungen wird höher. Der Gedanke hat es gut ab, nur in derществ. Jetzt mache ich gerade die Gnade.